10 seconds 1 auf 4 remaining NIEIN! Ich hab ihn links schon wieder nicht gehört, Digga 650 Euro Hetzel, mein Schwanz ist hart Alter Digga, im Feld steht 1-4-5 NIEIN! Wie knifft er denn? Will er meinen Schwanz daraus? Flo und ich, wir verteidigen oben. Niemand von Franco Was knifft er denn? Fingering my girlfriend Ich komme zu mir, jetzt ist der Diffuser Ey, ihr müsst mich wiederbleiben, denn davon muss ich hin Nein, 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 nein! Ich wollte dich, Patrick, warte, warte Nein, du bist tot, du bist tot Du bist tot Ah, Florian, ich werd dich jetzt teamkillen Aber nur, weil du World of Floreships einfach so völlig kill Das war Jäger-Bonn, Jungs Let's go Ja, du, dann Ich hab damit kein Problem Scheiße, ich eigentlich schon Da hat sich mal selbst den Loris in deinen Arsch geschoben, Alter Nix ist so ekelig, als wenn Florent killklaut, ja? Patrick stellt einfach 2-1-Cup alleine nach Einmal, Junge, Alter, das ist ekelig One boy, one ass Das gefällt Florent wieder, Alter Alter, jetzt hat sich selbst was Ja, ja, das sagt er jetzt nur Aber in Lieblichkeit fix seine Palmen in Holger Also, keine Ahnung Wo war der? Bananen wieder kommen Ich weiß nicht, ob er wirklich dahin gelaufen ist Rechts Och, Digga Da hat er das mit dem Messeln Ach, der den Flo Oh ja, Florian Ich weiß nicht, was Prattel gesagt hat Ich hab ne Banane verloren verstanden, Alter, echt so Was für ne Banane, Alter Banane Banane ist die Lobbyfenster Oh, Junge, der wär kickst Ich muss schon eins sagen, der Typ, der im Gegner-Team hier Shaden oder Darsaline, das sind PSN-Namen, da kannst du richtig für Kohle verlangen Warum? Na, weil das Namen sind, die wahrscheinlich sehr sehr oft geholt werden wollen Okay Das sehe ich zum allerersten Mal Ja, Digga, weil es ja nur einmal geht Kann er keine doppelten Namen geben Oh, das sieht aus wie Osborn, Alter Das haben sie auch nur gemacht, weil Karte wieder zu wenig gespielt wird und diese Super Short, die so beliebt ist Ansonsten hätte es keinen anderen Grund gegeben Ich hätte eine Million auf diese Antwort gesetzt und dann hätte ich eine Million bekommen Fettig aus Von Ubisoft hätte ich sogar 20 Dann hättest du ja gar nichts gewonnen Dann hättest du ja gar nichts gewonnen Ja, hab ich jetzt auch geschenkt als Mal Oder? Pfff You was been spotted, Dinger You was beaten spotted Dinger Also Dinger, Patrick English Motherfucking Worn alter was was eine flying range das hat so ausgesehen als ob da ein vogel vorbei geflogen ist alter du musst dir überlegen patrick hat das hinten von der tür bis dahin geschmissen wo du das loch im boden siehst der freundliche warte mal von welcher tür von cash server der ist auf jeden fall dieser verstorbener basic baller ja moin kobe bryan kobe bryan ja deine rechte hand ist deine freunde ich will es gar nicht wissen warum frage ich den nach ob die rechte andere was was meine rechte rechte hand ist echt manchmal den dörd servis du bist grad mega leise flor ja das war auch extra leise damit mein alter mich nicht hören aber gut hä du hast nach dem micro schon weggeschoben und saß dann ja dass mich meine eltern nicht hören okay ich gebe einfach auf ja besser ist ja danke ja also armory throw kenn jetzt bestimmt lake hier motherfack 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 schnarch was motherfack schnarch 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 he 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 oh scheiße wach richtig nub äh alter familienfotos sind legendärer der der jedes Kind wurde damals einfach nackt fotografiert jeden dem enderwander oder so ja ich frag mich so wie kommt die da drauf haben die Langeweile oder den so guck mal nur einen kleinen Schmack fotografieren. Als Kind noch wurde mitgehalten. Nix. Was? Sie hatte nix. Hä? Wie? Sie hatte nix, Alter. Da war es ein Laberstuhl. What? Nemla Zigo Soll bedeuten auf Deutsch von Schechnisch auf Deutsch Sie hatte nix. Hä? Schechnisch. Was ist aber jetzt so lustig? Was ist so lustig, wenn ich irgendwie... Schechnisch. Ich würde es einfach mal probieren. So, zurück zum Thema. Wenn ich jetzt zu einem Mädchen hinfahre. Das interessiert euch gar nicht, ne? Ich erzähle euch hier meine halbe Lebensgeschichte und ihr erzählt mir hier was von Kielenfick. Danke. für euer Interesse. Be advised, your drone has located a bomb. Dieser Mamra hat mich jetzt dreimal gekillt, Alter. 0171 Ich rufe den gleich an, Bastard. Ich rufe den gleich an, Bastard. Ja, ist so, Digga. Was ist los mit dem, Alter? Jede Runde, Alter. Dario, mach den nix aus. Oh mein Gott. Digga, ach das. Oh, Upper Bridge. Ja, Upper Bridge sind zwei Nomads. Ich rufe den. Ich rufe den. Ah, Scheiße. Jackal peek jetzt nochmal Upper Bridge, Dario. Warte, chill, chill, chill. Er hat A2G, er sieht dich. Jetzt wieder zurück. Ist da noch einer? Er kommt vor. Upper Bridge, Jackal oben an der Kiste. Ja, Upper Bridge, okay. Wir haben Diffuser, wir haben Diffuser. Tschüss, tschüss, tschüss. Kommt vor, Lightping. Wir haben den Diffuser hier an. Wir haben Diffuser, verdammt. Immer noch Light. Ich ping Dorf durch. Ich auch. Flo ping mit. Back here. Kommt langsam vor. Mambra. Dario ist auf den Scoreboard aufgetaucht. Ja, Mann. Guck, so sieht Krautspeak bei mir aus. Dem an die Flotte. Dario rettet sich noch in der letzten Runde, Alter. Da war der letzte Kill. Darius Erster. Hey, Digga, dass da eine Nomad-Falle war, Digga, Alter. Ich bin auf jeden Fall Nomad. Angi, welchen Teil von Piki, nicht verdammt nochmal, habt ihr nicht verstanden, Alter. Ich mit meinen 20 HP, Alter. Ja, ist doch alles gut gegangen. Ich hab ihn dann nicht gepikt. Ich hab durch die Wand geschossen. Ich hab gewusst, dass er mich nicht stimmt. Aber Piki, jetzt geht ihr zurück. Hinter euch, P-Feier, P-Feier, legt euch. P-Feier, er sieht die Starreata zurück. Oh mein Gott. Unnötig Panik geschoben, Digga. Dritter Weltkrieg, Alter. Give it to me, Baby. Ah, 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 ah. Ich bin einfach Ash-Man. Sag der Ernst, verdammte. Wo ist der? Die ist im Halber, die Kev. Nice. Oh, oh, nice. Wir haben sie gedatet. Der Grown is moving. Patrick, komm her. Ja. Der Ingelte liegt immer noch hier. Einer ist noch in Sunrise. Kitchen Window, Kitchen Window, kommt rein. Kitchen Window wird reinkommen. Safe Call. Der Galap hat doch kein Scheiß, Alter. Ich komm in Galap. Ich hör, du bist einfach Scheiße. Ja, du bist richtig schnupp. Warte, leise! Hier. Und bei dem Sunrise. Und bei dem Sunrise. Geht wieder... Ey, der macht einen Glitch mit Blackbird, dass er schneller laufen kann. Blackbird ist Kitchen Window. Ja, pick dich jetzt. Nein, ist auch Kitchen Window. Ist drin. LeBron James. LeBron James. LeBron James. LeBron James. Anki, ich schwöre, du bist richtig schlecht. Deine Leute! Leech. Ich bin jetzt nix für Taktik, Alter. Ich auch nicht. Ich will jetzt einfach nur fraggen. Fraggen Potential. Sorry, gib mir noch nen Arschfake. Tschau Kakao Schöne Möse, Schüssli Müsli Schöne Möse, Schau mit V Jetzt haltet doch meine Schnauze Meine Stunden nicht pushen Der trifft doch, wie heißt der nochmal, der Typ mit der Armbrust Daryl Der trifft doch irgendwann auf so auf so eine kleine Männergruppe Da gibt es einen Anführer und die sagen doch jedes Mal wenn du was willst du musst einfach nur für dich beanspruchen Ja genau, beansprucht, beansprucht Danke, dass du mir die Folge erklärst wie ich gesehen habe mindestens 10 Mal Ja ich auch, aber Devil Aber hast du eigentlich durchgeguckt, Alter ich weiß nicht, bei Staffel 8 irgendwie Ich hab durchgeguckt, ja Ist das am Ende nicht mehr so, ist das nicht so eine Qual am Ende so irgendwie, alles wiederholt sich so irgendwie Dann geht man wiederum klar, Digga Lacht sich grad, der noch mal kaputt Ja Soll ich vom Beispiel Ne, bleib mal Jäger Bleib Jäger Cool Andi ist ja hier der Pro, der weiß Jäger ja auch Lass dich nicht ärgern Flo, bleib Jäger Okay? Lass dich nicht ärgern machen Aber denk dran, wenn der Jakal ist, wirst du nicht zum Jäger, sondern zum Gejagten Wollt ihr dann, dass ich Dass ich die selben Mira Fenster Beide in die Richtung mache? Da sag ich einfach nur 4 Räume 1 Deal Oder wollt ihr das Wollt ihr das Mira Fenster lieber in Richtung Secure the bomb Ja komm wir machen es einfach mal Scheiß drauf Hahahaha Hahahaha Wollt ihr echt so groß verteidigen oder das? Hahahaha 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 Zucasteln Hahahaha Hahahaha Ja mach die w-mach die selben Rest shellwände wie eben, Angi Hification Hahahaha 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 Gäger als mal patrick du ober scheiße jetzt bin ich allein der suche warum das und das finde ich die halt wieder lustig das ist halt wieder so und lustig ich will ein gott ist ja geworden sind bei Yara Haben sie wieder Mira? Nein, weiß ich nicht Ich hoffe Da bin ich wieder da Was los ist Nee Nee Hab ich eigentlich schon erzählt, dass mein Energy Regal Nachwuchs bekommen hat Hast du in das Energy Loch rein Geboost Einmal in die Öffnung einfach reingelümmelt Scheiß drauf scharfe Kanten Scheiß drauf Florian steht schon auf dem Schmerzen, Alter Selbst ne Knast Auf alles klar Boss Egal Nee egal Nee egal Nee egal Nee egal So geil Egal Hehehe 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 Anki hast du Flashbacks dabei? Alter Uff Läufte so die Treppe runter Hexenschuss und Schlaganfall Hehehe Ja Wenn wir uns das nächste Mal treffen, hab ich Schlaganfall im Dankgesicht Oh der ist hart Digga Der ist schon so ausgelöst wie die Fotze deiner Mutter Hehehe 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 Jäger Hehehe 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 richtig gut das beste ist wenn ich bei meinen asiaten gebackene bananen bestellen gebackene bananen zwei packungen ich ziehe es durch mozzi ist direkt rechts von mir und oryx ist hinter der bar ohne was zu sagen